In meinem Job bin ich praktisch immer unterwegs. Mal den ganzen Tag im Office sitzen? Gar nicht dran zu denken. A9 München Richtung Nürnberg, 3 bis 4 Kilometer Stau. Auch das noch, das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr pünktlich. Früher hätte ich jetzt dumm im Stau gestanden. Aber jetzt habe ich mein Büro ganz einfach immer dabei. Computer, klar, aber ganz einfach zu bedienen. Notebook auf, Handy dran, einschalten, CompuServe starten. Herzlich willkommen bei CompuServe. Und schon geht's los. Die Ergebnisse des Meetings schicke ich kurz per E-Mail an die Firma. Und gleich noch eine Kopie an die Zentrale in Köln. Und tschüss. Aha, das ist der neueste Vertragsinfo für die Verhandlungen morgen. Hat mir meine Sekretärin per E-Mail geschickt, klasse. Und das geänderte Chart für meine Präsentation ist auch mit dabei. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Eine Currywurst bitte. Kommunizieren Sie mit der ganzen Welt, geschäftlich oder privat, im Büro, von zu Hause und auch unterwegs. CompuServe bietet Ihnen alle Möglichkeiten. E-Mail, Foren, Chats und noch vieles mehr. Dazu spezielle Mobilfunk-Einwahlnummern für Handys und außerdem auch das Verschicken von SMS-Nachrichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017